Alle sagen, ich sei krank. Ob dem so ist, magst du selbst entscheiden. Mein Leben endete in einer Sommernacht 1998, und doch bin ich noch lebendig genug, um hier zu sitzen und alles an meiner Lieblingsschreibmaschine aufzuschreiben. Dabei hatte alles so gut begonnen. Die Verkaufszahlen meines Debüts waren in ungeahnte Höhen geschnellt, und bald schon konnte ich das sein, was ich immer hatte werden wollen. Schriftstellerin Ich könnte also festhalten, dass alles mit einem Bestseller begann. Aber ich denke, der Anfang meines Niedergangs liegt bereits in den ersten Gruselgeschichten, die ich als Jugendlicher an meiner Schreibmaschine verfasst habe. Tag und Nacht schrieb ich. Sobald mich eine Idee gepackt hatte, überschritt ich hemmungslos meine Zu-Bett-Geh-Zeit und tippte, bis meine Fingerkuppen taub, ja, bis sie manchmal sogar wund waren. Je strapazierter sie sich am nächsten Tag anfühlten, desto stolzer war ich, denn ich sah das als Arbeitslohn und als Zeichen, dass ich vorankam. Als ich noch bei meinen Eltern gelebt hatte, hörte ich meine Mutter oft vor meinem Zimmer auf- und abgehen. Meist waren es nur die Schritte, die mir auffielen, aber manchmal untermalte ein schweres Atmen dieses Geräusch, dass sich mir die Nackenhaare davon aufstellten. Auch tagsüber, aber meistens in der Nacht, wie geisterhafte Schritte im dunklen Flur. Sie horchte auf das Klackern der Tasten oder auf das Ächzen meines Schreibtischstuhls. Die Nackenhaare davon Die Nackenhaare davon Die Nackenhaare davon Die Nackenhaare davon